Und Andy, wie schmeckt ihr denn alles? Ja. Miss, ist es Person Nummer 1? Oh, der ist umwerfen. Ist er es nu? Nein, ich glaube nicht. Trallig wohlfeindlich. Ist es Person Nummer 2? Oh, so ein fettes Missstück. Ist er es nu? Nein, ich glaube nicht. Oder ist es Person Nummer 3? Ja, ich glaube schon. Okay, einsperren. Nein, ich glaube nicht. Warum denn nicht? Das ist doch rumwerfen, so einen schwarzen Wölkern.